Seit 50 Jahren, oder? Mit deinen Frauen kennen wir uns. Wir hätten dieses Jahr ein Dreifach-Jubiläum. Dank Corona interessiert es im Moment niemanden. Wir kennen uns seit 50 Jahren. Seit 45 Jahren sind wir ein Bärchen und seit 40 Jahren sind wir verheiratet. Wow. Gratuliere. Es gibt die wahre Liebe noch, meine lieben Zuschauer. Es gibt die wahre Liebe noch. Gebt einfach nie auf. Kannst du noch einen Beziehungstipp an den Zuschauern geben? Was sollen sie machen, damit sie von den Frauen nicht wichtig sind? Ja, aber ernst. Richtig. I am so zu. Was ist das Geheimnis? Es sind Klassiker, die du einfach einheben musst. Respekt, ein bisschen Demut dem anderen gegenüber. Gut, gut. Dann musst du einander wirklich gerne haben. Und das Schwierigste ist eigentlich die Liebe am Leben zu halten und dann musst du halt etwas einfallen lassen. Oder du weisst, also wenn du einfach ein Viertel ab 8 Uhr mässig miteinander am Haus bist, dann fängt er vor dem Fernseher und dann passiert nichts mehr. Du musst einfach ein wenig aktiv sein. Vorteil ist natürlich schön. Ich kenne beide ja nichts anderes. Das hilft natürlich auch ein wenig zum Zusammenbleiben. Ja, passt. Die ganze Zeit nur Spaghetti Bolognese. Kannst du schon da noch wechseln müssen? Nein, die ganze Zeit. Vielen. 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 Vielen.